Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Episode Chivalry. Das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen ruhig klingen, aber wir werden gleich ein paar Leute abschlachten, nachdem ich eine Aufnahme gefällt habe, natürlich wieder. Mann, 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 Spoonie, du bist echt so ein richtiger Tollpatsch. Ich feile wirklich immer. Mal vergessen, wieder Audio aufzunehmen. Dann haben wir das mal wieder gefällt. Dann haben wir auch in Bioshock Infinite. Och, da haben wir ja mal einen ganzen Part aus Versehen weggelassen. Och ja, warum? Weil der Spoonie seine Stimme nicht aufgenommen hat. Ja, und ich glaube nicht, dass ihr dann einfach mal so ein Gameplay sehen würdet. Ja, hallo und willkommen bei Let's Play. Let's Gameplay Bioshock Infinite. So, und ich habe mir gedacht, wir spielen die kleinen... Huh, 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 du bist ja mal voll der heftige Typ, ja. Kannst du mal ein Level 1 sauen? Oh, oh, darauf kannst du jetzt wirklich stolz sein. Ja, komm noch her, Jüdebo. Oh. Nice, nice one. Ja, habe ich super gut geschrieben. Nice one, bro. Bro. Oh, ich schreibe mir zum Team, ja, das bringt es natürlich vollkommen mehr Spoonie. Du bist schon so logisch. Oh, schluck die Grasgranate oder was auch immer das ist. Heißer. Uh, da guckst du, ne? Ach, Mann. Du. Wie kann man Hub Erbarmen sagen? Gerne schicken. Oh, da haben wir ihn erwischt. Ja, komm noch her. Ja. Ja, ha, 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 guck mal hier, hä. Ja, ah, Mann, der ist der Kopf ab. Na, ok, nur der Helm. Aber der ist ja fast dasselbe. Oder auch nicht. Spoonboy versus Iron Man. Let's go. Let's take the final challenge. You want to battle me? No, I'm... Oh. Knappe Sache. Gleich verspotten wir ihn. Ja. Ja, it's the purpose. Oh, oh. Oh. Sorry für den Forkstar. Der war nötig. Uh, hat er sehr gut geblockt. Oh, da hätten wir ihn fast zweimal erwischt. Nein, da hat er uns natürlich. Okay, wollen wir Noob schreiben? Oh, schade. Das wäre natürlich mal wieder richtig cool gewesen hier. Denn Spoonie sagt... Ey, Spoonie so spassi. Sag doch nicht immer Noob zu den anderen. Bist doch selber vor den Noob. Ich weiß, da unten. Mit einem Breitschwert wäre auch... Ja. Was für ein Typ hat der eigentlich? Den würde ich auch mal gerne haben. Was? So haben wir jetzt hier einen Hammer. Nein, Moment. Moment. Zurückkehren. Na mal. Okay. Dann werden wir ihn doch mal reparieren. Und... Wow. Was? Hey. Komm, das war jetzt unfair. Also der war ja nicht mal da. Äh. Nice. One. Oh. Bro, ne? Welch soll... Wer ist denn der Typ? Nordideal. 42. Why the fuck do I even play this bullshit? Oh, da haben wir ihn doch. Na. Der verarscht uns hier voll. Das ist ja mal... Der ist auf, du. You are a boss, wollte ich gerade schreiben. Weil der ist ja mal richtig, der Boss. Dass er an Level 1 gepornt hat. Ja, ich muss euch das immer vor die Nase halten. Ey, das ist... Nice one. Mann, ich kann hier nicht schreiben. Nice one. Ach, fick doch. Fick doch. Fick hier. So, gegen wen kämpfen jetzt? Najibator. Let's go. Was haben wir denn noch für Sachen hier? Aha. Uh. Ich esse mal richtig gut hier. Genau so gut wie ich. Au. Vielleicht dodgen wir einfach mal. Wir können nicht ausweichen. Ja. Den können wir aber noch besiegen. Ey, welches Level ist der denn? Level 0. Der ist genauso schlecht wie wir vielleicht. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Oh, Mann, Mann. Spoon, Spoon. Das wird nicht gut enden, das weiß ich jetzt schon. Haben wir hier irgendwas? Nee. Okay. Wie macht der diesen Sprung? Den kann ich nicht mehr. Au, das war in meinem Auge. Ich kann nicht mehr. Gib mir meinen Auszeit. Gib mir meinen Auszeit. Ja, da haben wir ihn. Okay, gib mir keinen Auszeit. Ja. Oh, ich wollte eigentlich lachen trinken. Okay. The final round. Let's go. Geh mir nur mit einem Hammer hier rein. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Karte ändern. Ja, kann man machen, aber nicht jetzt. Okay, wer wird denn... Oh, da haben wir beide den selben Moment zum Schlagen gesetzt. Ja. Da haben wir ihn. Oh. Und... Stab your face. Oh, das war keine gute Idee von uns. Ich habe eine Idee. Wir haben das doch in der Schule gelernt. Ja. Haha. Practical Training. Nein. Schule. Du hast versagt. Ja. Das Tutorial, was ich gemacht habe, war voll für den Arsch. Denn in echt wirkt es gar nicht. Ach, Mann. Morty Bear. Gewohn von einem Level Null. Habe siegt. Schande auf mich. Und alle die Zuschauer... Na okay, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nur mich. Denn ich bin hier der größte Noob von allen. Ja, Spoonie. Da liegst du nun auf dem Boden. Geschändet. Von dem Herrn. Was auch immer der für einen Namen hatte. Ich glaube... Mh... Ein paar Runden schafft man noch. Ein paar Runden schafft man noch. So lange haben wir noch gar nicht gespielt. Join the pool. Jetzt mal als... Hm. Wer ist denn Flink? Der ist Flink. Einfach mal irgendwelche Sachen anklicken. Das wird schon klappen. Oh. Oh. Guckt euch mal die Bäume an. Framerate geht ein bisschen runter. Oh. Wie kann der sich denn teleportieren? Ja. Hm. Ja. Danny, ne? Hast du super gemacht. Welche Sorge bist denn du? Hm. Der steht hier nicht mal da. Den gibt es gar nicht. Ach doch. Level 21. Der Charakter ist schon ein bisschen OP, oder? Ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Aber ich denke mal, der ist OP. Ja. Na klar. Ja. Also das war ja mal Schande. Schande auf den Danny. Danny. Du hast nichts drauf. Ist eigentlich, was du drauf hast. Ist gegen Noobs zu campen, ja? Ja. Hier. Hier. Ja. Du willst ein Rap-Battle? Hä? Du willst ein Rap-Battle? Ich rappe... B-Besser als Messer, ne? Ja. So, Kami. Let's go. Mach mal das mal. Schade, dass die alle so hoch sind. Einzigen, denen wir vielleicht wirklich noch niederstrecken könnten. Und... Oh! Au! Mann, warum nehmen die eigentlich alle diesen OP-Charakter? Ja. Also, ne, Kami, Kami. Kami, Kami, Kami. Ne, ne, ne. Kami, Kami, Kami. Hm? Der zerlegt das nicht in meine Einzeteile. Wie in Lego. Kann er mich wieder zusammenbauen. Okay. Okay. Machen wir das ein bisschen schnicky. Oh, wir sind da rausgewichen. Oh, ich sehe sie selber nicht mehr durch diese grüne Framerate. Ich bin eine Frau. Ich kann nicht mehr. Haben wir noch was zum Werfen? Ne. I am level one. Please be gentle. Attacke! Ja, pff. Das war ja mal. Schade, schade. Er wollte wohl nicht gentle mit uns sein. Böse, böse. Also, eine Runde machen wir noch. Eine Runde schaffen wir noch. Einer geht noch. Einmal kann man auch sterben. Von dem Stadin Revinci Yenlaku. Okay, ich hoffe mal, dass jetzt... Oh, schon wieder die Klasse. Mann, nehm doch mal eine andere Klasse. Und Hatschappan! Ja, ja, ja. Was hat er gesagt? Was für ein Match? Wobei, die Klasse hatte ich eigentlich auch genommen. Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha. Ha, ha, ha. Au. Da hat er uns irgendwie erwischt. Na. Mann, kommt, Leute. Kommt, ne Chance müsst ihr mir lassen. Ja, okay. Ja, ich hatte dich fast. Schön, dass du mich auseinanderlegst. Du Spasti! Sorry für den absoluten Rage gerade. Oh, Mann. Guck mal, der liegt sogar noch mit meinem Körper. Oh, da habe ich dich erwischt, hä? Was sagst du jetzt, hä? Ja, komm doch mal her. Ja, da haben wir dich noch mal. Nein. Ach, fast hätte ich dich. Fast hätte ich dich gehabt. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und genauso Spaß gemacht wie bei mir. Und dann, dann, ja. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann einfach mal ein Like da lassen. Oder ein Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn eins von beiden da ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingauern.